Hi zusammen und willkommen zu meinem allerersten Video im Jahr 2017. Ich hoffe natürlich, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich möchte euch heute gerne meine absoluten Lieblings-Beauty-Produkte aus dem Jahr 2016 vorstellen. Eigentlich sollte dieses Video schon lange online sein, beziehungsweise wollte ich es auch schon lange abgedreht haben. Allerdings, ja so ab Heiligabend würde ich sagen, ging es mir super elend. Also mir war kotzübel und alles, was da so zugehört. Ich hatte mir nämlich einen sehr hartnäckigen Magen- und Darm-Virus eingefangen, der dann auch noch so über die Feiertage hin bis Silvester und auch noch ins neue Jahr gegangen ist. Und ich war einfach nicht in der Lage, ein Video zu drehen, weil es mir wirklich super scheiße ging, auf gut Deutsch. Und ja, ich habe allerdings das Ganze auf Facebook verkündet, also dass kein Video kommen wird. Also falls ihr mir dann noch nicht folgt, dann holt das doch gerne nach. Da seid ihr dann einfach immer auf dem aktuellsten Stand, falls ich mal irgendwas euch mitzuteilen habe, was ich für wichtig empfinde. Und ja, ansonsten möchte ich heute auch noch den Gewinner meiner Verlosung, die im Dezember ja stattgefunden hat, bekannt geben. Also bleibt auch bitte bis zum Ende dran, falls ihr daran teilgenommen habt. Und ansonsten würde ich sagen, starte ich jetzt auch direkt mit diesem Video und wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! So, beginnen tue ich mit meinem absoluten Favoriten und zwar ist das so der Grundbaustein für das ganze Make-up. Und zwar handelt es sich hier um die Pinsel von BH Cosmetics. Und zwar habe ich hier zum einen die Skull & Blend Serie. Das sind halt so Gesichtspinseln, Rougepinsel, zum Konturieren, ein Puderpinsel. Hier ist wirklich alles dabei. Und dann habe ich auch nochmal die Eye Essentials. Das sind sieben Pinsel halt für das Augen-Make-up. Auch wirklich sehr schön. Und ich verwende die wirklich total gerne. Also die sind von der Qualität... Oh, hier gehen sie alle schön. Die sind von der Qualität her wirklich 1A. Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier wirklich super. Ich werde euch hier die Preise auch nochmal einblenden. Und zwar sind das jetzt einfach so ein paar dieser Pinsel. Ich zeige euch hier jetzt einfach mal ein. Und zwar, ich finde die von der Aufmachung her wirklich sehr hochwertig. Sie sehen total edel aus. Einfach dieser schwarze Griff. Und hier oben dann mit diesem Gold finde ich wirklich... Ja, macht schon was her, gerade in so einem Ständer. Und falls ihr euch fragt, wo dieser Ständer her ist, der ist übrigens vom Primark. Ja, wenn der steht, dann hält das Ganze auch so. In der Hand ist das natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ich wollte euch die auch zeigen. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn man die Pinsel reinigt... Die sind jetzt natürlich gerade nicht gereinigt. Aber auch nach der Reinigung verlieren die nicht ihre Form, sondern... Ja, beim Trocknen, wenn man das dann schön ausgetrocknet hat, also ein bisschen mit dem Handtuch auswringen und die dann auch so in Form legt, dann behalten die auch wirklich sehr schön ihre Form. Sind nicht stumpf danach. Denn das Problem kenne ich nämlich von anderen Pinseln, dass die nach der Wäsche halt ja einfach total struppig sind. Und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Die sind wirklich super weich und angenehm auf der Haut und gerade auch die Pinsel für das Augenmake-up sind wirklich super geeignet. Da ist ein ganz toller Verblenderpinsel bei. Und ja, deshalb auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsprodukte aus dem Jahr 2016 und kann ich euch auf jeden Fall weitern. Ein Produkt aus dem Jahr 2016, welches ich wirklich jeden Tag verwendet habe, ist von NYX und ihr kennt es sicherlich von allen. Die Kontur- und Highlight-Palette. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein ganz tolles Produkt, denn hier ist wirklich für einfach jeden Hautton was dabei. Ich persönlich verwende am liebsten diesen Asching-Ton. Gerade zum Konturieren finde ich den wirklich sehr schön. Nachdem ich aus dem Urlaub gekommen bin, wir waren ja auf Kreta in den Flitterwochen, da war ich natürlich auch so ein bisschen gebräunt. Da hat man diesen hier dann einfach gar nicht mehr gesehen. Da habe ich dann sogar mal zu diesem ganz dunklen Ton gegriffen und auch der ist wirklich, ja, ein super schönes Produkt. Die lassen sich sehr schön verblenden, also sehr schön auftragen erstmal und auch aufbauen. Also gerade wenn man so ein bisschen mehr möchte, dann kann man die auch wirklich sehr schön aufbauen und lassen sich halt, wie gesagt, auch sehr schön verblenden. Die beiden Highlighter-Töne habe ich jetzt persönlich noch nicht so oft verwendet, wobei die allerdings auch sehr gut pigmentiert sind. Aber, ja, da bevorzuge ich halt einfach andere Produkte. Dann diesen Bananenton hier, den habe ich auch schon einige Male, ja, benutzt, gerade so unter den Augen. Den verwende ich dann auch, ja, mit meinem Beautyblender, den ich so ein bisschen angefeuchtet habe. Deshalb sieht der hier schon so ein bisschen bäh aus, aber an sich auch eine sehr schöne Farbe. Und was ich hier auch sehr gut finde, gerade so, man hat ja immer so seine, ja, Lieblingsfarben, die man dann ja benutzt. Und zwar, wenn hier dann ein Pfändchen leer ist, kann man das Ganze auch einfach nachbestellen. Das heißt, man muss nicht sich eine ganz neue Palette kaufen, nur weil seine Lieblingsfarbe jetzt leer ist. Und von daher finde ich das wirklich, ja, ein sehr schönes Produkt. Gerade so auf Reisen kann man das sehr schön mitnehmen. Und Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch hier wieder super. Ich glaube, die Palette kostet 20 Euro und da kann man wirklich nichts zu sagen, weil die von der Qualität her einfach wirklich top sind. Und, ja, wird auch in diesem Jahr weiterhin jeden Tag genutzt werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dann hat es auch noch ein weiteres Produkt von NYX in meine Jahresfavoriten geschafft. Und zwar ist die Rede von dem Pore-Filler. Den habe ich wirklich super gerne verwendet. Jetzt nicht alltäglich, sondern mehr so zu besonderen Anlässen, wenn man weggegangen ist oder, ja, zum Feiern. Oder wenn man einfach mal, ja, was Besonderes vorhat und das Make-up ganz besonders schön aussehen sollte. Und, ja, dieses Produkt spachtelt so ein bisschen die Poren zu, sage ich jetzt mal. Das kommt hier so ein bisschen dickpassiger her. Und ich mache das Ganze dann immer so, dass ich, ja, mir das hier so in diesem Bereich auftrage. Also eigentlich nur in diesem Bereich. Ganz ein bisschen nochmal so im Stirnbereich. Und dann arbeite ich das Ganze mit meinem angefeuchteten Beauty-Blender ein. Und darüber gebe ich dann halt anschließend mein Make-up. Ich muss wirklich sagen, das ist eines der besten Pore-Filler-Produkte, die ich jetzt so bisher getestet habe. Ich hatte da schon einige aus der Drogerie. Und allerdings möchte ich mir jetzt kein Produkt für 30 Euro oder so kaufen, weil ich es halt nicht tagtäglich verwende, sondern halt nur für besondere Anlässe. Und da sind die Produkte von NYX vom Preis her wirklich immer, ja, noch total in Ordnung. Und habe mich deshalb damals halt für dieses Produkt entschieden und bin da halt, wie gesagt, sehr zufrieden mit. Außer für meine Hochzeit habe ich das verwendet. Das macht einfach wirklich so eine Baby-Porzellan-Haut, so einen ganz makellosen Teint. Und, ja, für solche Anlässe kann ich euch das Ganze auf jeden Fall weiterempfehlen. Als nächstes ein Favorit, den ich euch, glaube ich, schon etliche Male in die Kamera gezeigt habe. Und zwar ist das der Fit Me Concealer von Maybelline. Ich verwende hier jetzt die Farbe 10. Ich glaube, das ist aus die hellste Farbe. Und ich muss sagen, das ist wirklich der absolut beste Concealer aus der Drogerie für mich. Denn er trocknet die Haut einfach nicht aus. Und gerade so unter den Augen habe ich immer, ja, das Problem, dass meine Haut sehr trocken ist. Ich habe ja im Allgemeinen eine sehr, sehr trockene Haut. Und so unter den Augen ist es dann noch ein bisschen extremer. Der kriecht auch nicht in die Falten, wie es nämlich manche andere Produkte tun. Und wenn man den dann noch gesettet hat, hält der auch wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Und, ja, ich persönlich verwende ihn teilweise auch als komplettes Make-up. Also, ja, so im Winter ist meine Haut ja sehr, sehr hell. Und da sind meine Foundations einfach viel zu dunkel. Und ich mache das dann so, ich male mir einfach hier so ein paar Kriegsbemalungsstriche ins Gesicht und verblende das Ganze dann mit meinem Beautyblender. Und auch dafür ist er wirklich sehr gut geeignet, weil er halt auch irgendwie Feuchtigkeit spendet beziehungsweise einfach nicht austrocknet, was ja sonst beim Concealer auch oft mal der Fall ist. Und, ja, ich liebe diesen Concealer einfach und den werde ich mir auch absolut immer wieder nachkaufen. Ich kann euch mal einmal ganz kurz zeigen, wie viele Backups ich davon tatsächlich habe, weil, ja, ich habe immer so ein bisschen das Problem, ich kaufe mir den ständig nach und dann weiß ich gar nicht so recht, welcher denn jetzt der volle ist. Also, diese hier sind irgendwie alle gerade in Benutzung. Bei manchen kommt halt noch was raus, bei manchen nicht. Und ich habe sogar noch mehr und noch mehr davon. Also, wie ihr seht, suchte ich wirklich diesen Concealer und kann euch den absolut weiter empfehlen. Als nächstes möchte ich euch dann ein Produkt zeigen aus dem High-End-Bereich. Und zwar ist die Rede von dem MAC Fix Plus Spray, welches jetzt absolut schon total eklig aussieht und leider fast leer ist, weil ich es wirklich liebe. Also, gerade so für Leute mit trockener Haut, bei mir geht es irgendwie immer um trockene Haut, aber so ist es nun mal, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Man kann das zum einen vor dem Make-up einmal aufs Gesicht auftragen, so wird die Haut noch so ein bisschen mehr mit Feuchtigkeit versorgt. Oder auch einfach anschließend, wenn man das Gesicht abgepudert hat und so, um das Ganze mit der Haut ein bisschen mehr verschmelzen zu lassen. Das Ganze ist kein Fixierungsspray, damit das Make-up länger hält, sondern, ja, versorgt die Haut einfach mit Nährstoffen. Ich glaube, hier ist Gurkenextrakt und sowas drin. Und macht halt einfach ein sehr schönes Finish. Ist so ein bisschen, das Make-up sieht dann nicht mehr so stumpf aus, sondern ist so ein bisschen glänzender, glowiger. Und mag ich deshalb sehr gerne, werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, denn ohne geht irgendwie gar nicht mehr. Vom Geruch her muss ich sagen, finde ich das überhaupt nicht angenehm. Aber, ja, man kann nicht alles haben, entweder oder. Ist natürlich auch Geschmackssache. Der Preis ist natürlich für so ein Produkt schon ein bisschen mehr. Ich glaube, obwohl das hat jetzt, glaube ich, 20 Euro gekostet. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, verlinke ich euch. Hier sind 100ml enthalten. Und ich muss schon sagen, man kommt schon eine gewisse Zeit damit aus, wenn man natürlich nicht darin badet, sondern ein bisschen, ein bisschen, ja, besser das dosiert und anwendet. Aber, ja, ich möchte darauf auch nicht mehr verzichten. Also habe ich wirklich sehr gerne verwendet im letzten Jahr. Das waren jetzt so die Produkte aus dem dekorativen Kosmetikbereich. Weiter geht es mit der Pflege. Und zwar habe ich hier einmal die Gesichtspflege von SebaMed. Ich persönlich mache es immer so, dass ich eine ganze Serie verwende. Also wenn ich die Gesichtscreme oder Tagescreme verwende, dann hole ich mir meistens auch die passende Augencreme dazu. Und hiermit bin ich wirklich sehr gut gefahren im letzten Jahr. Auch wieder für sehr trockene Haut. Und SebaMed ist ja auch, ja, so ein bisschen, Naturkosmetik ist das nicht, aber, ja, ist ja bekannt dafür, dass es sehr hautfreundlich ist und sowas halt. Und zwar habe ich hier einmal die Anti-Aging-Aufbau-Creme. Mir ging es jetzt gar nicht ganz speziell ums Anti-Aging, wobei man so, ich sag mal, ab 25 auch darauf achten sollte und damit anfangen könnte. Aber die spendet wirklich sehr, sehr gut Feuchtigkeit. Und was mir hier auch wichtig war, hier stand nämlich auch drauf, dass man die vor dem Make-up, ja, auftragen kann und anschließend sich halt schminken kann. Das ist nämlich bei manchen Cremes einfach nicht der Fall, finde ich. Denn wenn man sich dann eincremt, dann schmiert die über den ganzen Tag so nach. Und wenn man dann noch sein Make-up und Sonstiges darüber gibt, dann, ja, liegt das Make-up einfach nicht auf und verschmiert es halt nicht. Mit der Haut. Und das ist hier nicht der Fall. Die zieht nämlich relativ schnell ein. Ich lasse die immer so eine Viertelstunde oder zehn Minuten vor dem Make-up einwirken. Das sollte man natürlich mit jeder Tagescreme machen. Und ja, ist pH-Wert 5,5 klinisch geprüft. Und für sehr trockene Haut kann ich die auf jeden Fall weiterempfehlen. Und dann habe ich halt, wie gesagt, die passende Augencreme dazu. Auch Anti-Aging mit Hyaluron-Komplex, mit Q10, spendet Feuchtigkeit. Diese ist auch für, also als Make-up-Unterlage geeignet, was ich halt auch gerade bei einer Augencreme wirklich sehr, sehr wichtig finde. Auch für Kontaktlinsenträger ist die geeignet. Ist bei mir ja auch der Fall. Also ja, deshalb bin ich hier wirklich sehr zufrieden mit und werde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Ich glaube, das ist jetzt in diesem Jahr schon meine vierte oder fünfte Tube gewesen. Hier sind 15ml enthalten. Allerdings mit der Augencreme kommt man auch wirklich lange hin. Also da dosiert man ja auch nicht ganz so viel. Ich verwende die auch morgens und abends. Und ja, also von der Serie hier bin ich wirklich überzeugt und werde ich mir auch in diesem Jahr immer wieder nachkaufen. Dann möchte ich euch noch ein Produkt zeigen, das mit Sicherheit jeder schon irgendwie von euch gehört hat. Gerade so im letzten Jahr war das ja wirklich so ein bisschen gehypt. Und zwar ist die Rede vom Kokosöl. Ich persönlich verwende hier jetzt Bio-Kokosöl. Da sollte man auch so ein bisschen darauf achten, finde ich. Und zwar verwende ich das Ganze als Lippenpflege, als Gesichtspflege, als Haarpflege. Man kann es auch zum Kochen nehmen. Diese Flasche hier persönlich verwende ich jetzt nicht zum Kochen, weil ich da halt auch mit den Fingern reingehe. Das ist ein bisschen, ja, unhygienisch dann. Aber man könnte es theoretisch auch zum Kochen verwenden und sich dann halt eine zweite Flasche hiervon, sag ich mal, in die Küche stellen. Im Moment verwende ich das Ganze sehr gerne abends, ja, als Gesichtspflege. Ich habe ja für meine Seba-Med jetzt keine spezielle Nachtpflege, sondern wirklich nur die Tagespflege. Und da meine Haut im Moment super trocken ist, also wirklich übertrieben, verwende ich dieses hier jetzt ganz gerne einfach über Nacht. Trage mir das einfach abends im Bett auf. Es ist so ein bisschen fettig natürlich, beziehungsweise ölig. Also ich würde empfehlen, einfach vielleicht ein Handtuch übers Kopfkissen zu legen, damit das halt nicht so voll schmiert. Aber irgendwann zieht das auch ein. Also es liegt natürlich irgendwie auf der Haut, aber es zieht auch so ein bisschen ein. Und ich muss sagen, also meine Haut hat sich, seitdem ich das wieder regelmäßiger anwende, auch so ein bisschen gebessert. Also die, ja, der Feuchtigkeitshaushalt ist einfach wieder ein bisschen ausgeglichener, was im Winter natürlich auch immer mit der Heizungsluft zusammenhängt. Aber, ja, verwende ich wirklich super gerne. Und auch als Lippenpflege kann ich das wirklich nur weiterempfehlen. Einfach über Nacht schön dick auf die Lippen schmieren. Und am nächsten Tag hat man wirklich super zarte Lippen. Oder auch als Handpflege einfach Handschuhe drüber. Also wirklich ein Allround-Produkt. Und, ja, ein Favorit aus dem Jahr 2016. Und kommen wir auch schon zum allerletzten Produkt aus meinen Jahresfavoriten 2016. Und zwar bin ich bei diesem Produkt erst so im September ungefähr darauf gestoßen. Also ich verwende es noch nicht seit Anfang des Jahres. Aber ich finde, wer meine Videos schon länger schaut, weiß einfach, dass es eines meiner absoluten Favoriten aus dem Jahr 2016 war. Und ich es jetzt einfach mal dazu zähle. Und zwar ist die Rede von dem Garnier Wahre Schätze in der Reihe Sanfte Hafermilch. Ich liebe einfach diese Serie. Zum einen halt den Geruch. Das habe ich euch jetzt schon zig Male gesagt, dass ich diesen Geruch so abgöttisch liebe. Und ich habe mir hier jetzt auch die ganze Serie zugelegt. Zum einen verwende ich hier sehr gerne halt das Shampoo. Dann dazu die passende Spülung. Nach dem Duschen verwende ich dann noch sehr gerne die Sprühkur, welche auch gleichzeitig einen Hitzeschutz enthält, was ich wirklich sehr gut finde. Und dann verwende ich so zwischendurch, sag mal einmal die Woche, die Tiefenpflegemaske. Und, ja, ich finde, das ist wirklich die absolut beste Kombination, die es für mich gibt. Zum einen, wie gesagt, halt der Duft. Aber auch die Pflegewirkung gefällt mir wirklich sehr gut. Und, ähm, gemacht ist das Ganze eigentlich für empfindliches Haar. Das soll halt so ein bisschen beruhigend wirken auf die Kopfhaut. Und ich finde, es erfüllt auch wirklich seinen Zweck. Und, ja, ich finde, ich darf das auf jeden Fall zu meinen Favoriten aus dem Jahr 2016 schon dazu zählen, weil ich es wirklich feiere und mir immer wieder nachkaufen werde. Gerade so das Shampoo. Ich sag mal, hier sind, ähm, 250ml enthalten. Da kommt man ja keine Ewigkeit mit aus. Also, das braucht man ja schon regelmäßiger neu. Und, ähm, ich kaufe es mir wirklich ständig nach, weil ich es einfach liebe. Und wird auf jeden Fall auch in diesem Jahr weiterhin eins meiner Favoriten sein. Und ich sage es jetzt zum allerletzten Mal. Ähm, wenn ihr das noch nicht kennt, dann riecht da auf jeden Fall mal dran. Und, ähm, ich schwöre euch, ihr werdet überzeugt sein von diesem Duft. Es sei denn, was weiß ich, ihr habt irgendwie, ja, halt einen ganz anderen Geschmack. Kann natürlich auch sein, aber... Also, die meisten, denen ich das, äh, gezeigt habe oder vorgestellt habe, so aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, die sagen alle, oha, das riecht echt voll gut. Und, äh, ja. Ganz, ganz große Liebe aus dem Jahr 2016. Das waren nun meine absoluten Lieblingsprodukte aus dem Jahr 2016. Ich weiß natürlich, dass Geschmäcker verschieden sind. Aber das war jetzt so halt meine ganz persönliche Meinung und meine absoluten Lieblingsprodukte. Und jetzt möchte ich natürlich euch auch noch, wie angekündigt, äh, den Gewinner meiner, äh, Verlosung bekannt geben. Und zwar habe ich das Ganze im Internet per Zufallsgenerator ausgelost, damit es auch einfach, ähm, ja, gerecht ist. Und zwar ist der Gewinner, ta-ta-ta-ta, also den Namen werde ich jetzt einmal, ähm, hier unten einblenden. Äh, herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, du freust dich, ähm, ja, dass du gewonnen hast. Und an alle anderen Seite bitte nicht traurig, es werden mit Sicherheit, äh, weitere, ähm, ja, Verlosungen stattfinden. Und, ähm, ja, dann könnt ihr natürlich wieder fleißig daran teilnehmen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass so viele daran teilgenommen haben. Ich habe gar nicht so unbedingt damit gerechnet, aber war jetzt halt wirklich sehr positiv überrascht. Und, ähm, ja, an den Gewinner, du musst jetzt bitte einmal, äh, in deinem YouTube-Account, ähm, in deinen persönlichen Nachrichten nachschauen. Da habe ich dir nämlich eine, ähm, ja, Mitteilung geschrieben und ich würde mich freuen, wenn du dich daraufhin halt meldest. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Tschüss!